Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Ich bin heute auf Fuerteventura und freue mich sehr auf morgen, weil morgen geht meine Anfängerreise los. Und ja, da werden wir ganz viele Dinge tun. Und eine Frage, die ich immer wieder bekomme, ist, wohin, wie schlage ich den Ball weiter? Und immer antworte ich diese Frage mit folgenden Satz. Du musst erst mal lernen, den Ball sauber zu treffen. So, ich gehe jetzt davon aus, dass du die Bälle gut triffst, mittig am Sweetspot. Und ich werde dir eine Übung für zu Hause, also jetzt, gleich nach dem Video kannst du es machen, und für die Driving Range. Zuerst mal brauchst du nur deine Hand. Und da ist der Ball und da ist das Ziel. Gucke, dass du die Hand so hältst. Und die Hand ist deine Schlagfläche. Holle aus und gucke beim Aushollen, dass die Hand ein bisschen zum Boden zeigt. Ich rede jetzt über die rechte Hand, hoffentlich bist du rechts hinter. So ein bisschen nach unten. Gut, dann kommt der Abschwung. Gucke, dass die Hand zum Ball zeigt. Sehr oft beim Schwingen sind die Hände irgendwo hier, und die Hände zeigen ganz sicher nicht zum Ball. So, Hand zum Boden beim Aushollen, Hand zum Ball beim Abschwingen. Und das Gute daran ist, dass du eine Powerposition hast. Und für dich als nicht erfahrener Golfer wird das helfen. So, wenn du es genug gespürt hast, mach das mit dem Schläger. Und meine Schlagfläche ist meine Handfläche. So, ich hole aus und ich spüre, wie die Handfläche bis nach unten zeigt. Gucke mal, die Schlagfläche tut das auch. Und jetzt beim Abschwingen habe ich wieder den Gedanke mit der Handfläche. Und schau mal, die Schlagfläche zeigt auch zum Ball. Und ich kann dir sagen, wenn der Schläger zum Ziel zeigt, hast du mehr Power und viel mehr Länge. Wenn die Schlagfläche so ist, wie die meisten kaufen, mit Handicap über 36, also offen, die Schlagfläche zeigt nach rechts, da verliert man Power. Ganz doof. Okay, so jetzt werde ich den Ball schlagen und weiß, was ich tun werde. Du kannst es auch. Es ist egal, ob du den Ball triffst oder nicht. Schlage mit einer Hand. Das ging. Einfach, um das Gefühl zu bekommen, die Handfläche bzw. die Schlagfläche in die richtige Position zu bekommen. Und jetzt mache ich mit zwei hin. Und ich denke, nur das beim Abschwingen. Und es ist wirklich wie Magie. Man spürt plötzlich mehr Power dadurch. Und vielleicht fragst du mich, was mache ich mit der Hüfte? Das ist auch total schön. Wenn ich meine Hände hier habe und die Hand so, dann kommt meine Hüfte automatisch mit. Schau bitte meine Hüfte an. Ich werde nicht an sie denken. Ich werde nur an die Handfläche denken. Die kamen automatisch mit. Okay, so eine kleine Übung, falls es bei dir regnet. Zu Hause ohne Ball. Und dann kannst du es auf der Range mit Ball einsetzen. So, ja, viel Spaß. Eine tolle Saison wünsche ich dir. Und ich werde berichten während dieser Reise, was wir alle so tun. Der Mann hinter der Kamera ist ein der Teilnehmer. Und er schlägt den Ball schon 180 Meter. Und ich denke, er kann die 200 Meter knacken. Mit dieser Übung. Tschüss. Tschüss.